Hallo zusammen, hier ist wieder der Oechela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Achievement Mount und zwar um ein schickes Einhorn, das ihr eben schon gerade durchs Bild laufen habt sehen. Und zwar so eins können wir uns tatsächlich auch als Mount holen. Und zwar müssen wir dazu nur ein kleines Achievement erspielen. Und das schimpft sich 100 ehrfürchtige Fraktionen. Und ja, was müsst ihr wohl dafür tun? Ihr müsst 100 Fraktionen auf ehrfürchtig spielen. Tendenziell war es so von Blizzard erst gedacht, dass ihr das auf einem Char spielen müsst. Mittlerweile haben sie zumindest ein Statement rausgebracht, dass sie das ganze Account weit machen wollen. Heißt, ihr müsst die 100 Fraktionen nicht auf einem Char haben, sondern ihr könnt sie quasi auf verschiedenen haben. Hier ist es aber so, dass es 100 unterschiedliche sein müssen. Und ja, dazu müsst ihr so gut wie jede Fraktion auf ehrfürchtig haben, die es im Spiel gibt. Dafür gibt es einen Bonustitel und zwar Hochverehrter. Ist eine schicke Sache, werde ich mir sicher nicht einblenden. Und es gibt dieses schicke Item und zwar Reinherzrenner. Und das lernen wir jetzt mal. Und das ist dann ein Mount, das fast genauso aussieht wie das, was hier rumrennt. Wo ich mir beim Level schon gedacht habe, hm, das würde ich ganz gern haben. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Also den Reinherzrenner. Nicht, dass wir zu viel fix tippen. Hier haben wir es. Und zwar schauen wir uns das jetzt mal an. Ja, das sieht fast genauso aus wie sein großer Bruder. Seht ihr das? Schickes Ding auf jeden Fall. So ähnliche Mounts gab es ja schon einmal von den PvP-Prestigestufen. Beziehungsweise auch, ähm, ein Rätsel-Mount war, glaube ich, in schwarz das gehalten. Aber das Weiße sieht natürlich jetzt nochmal ein gutes Stück schicker aus. Und ja, das ist quasi das Mount. Es ist eine relativ aufwendige Sache, 100 Fraktionen zusammenzukriegen. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe, glaube ich, alles, was man soweit ehrfürchtig haben kann mit dem Chai Affidi. Also ich habe es jetzt hier mit dem, mit dem einen Chai gemacht. Aber wie gesagt, Blizzard hat da ein Statement rausgehauen. Und das soll anscheinend auch funktionieren, dass ihr das Ganze jetzt mit mehreren Chars macht. Da kann zum Beispiel ein Chai, habt ihr jetzt in Legion gespielt, hat die Legion-Fraktion auf FWG. Der andere, habt ihr in Mr. Fandaria gespielt, hat die, erfürchtigt, ich finde es eine sinnvolle Änderung. Ich habe es eh mit einem Chai, weil ich den eigentlich seit Burning Crusade durchgehend spiele. Aber für Leute, die immer mal wieder in Chai geswitcht haben, ist es eine sinnvolle Sache, dass das Ganze jetzt quasi, ja, geschert wird. Wichtige kleine Info, bei Fraktionen wie zum Beispiel in Shatrad mit den Aldor und den Sehern ist es so, dass nur eine Fraktion zählt. Also es bringt nichts, wenn ihr mit einem die Seher einen die Aldor habt. Selbiges soll dann bei den Wildherzen und bei den, ja, diesen komischen Viechern sein. Ich weiß nicht, wie die Gorlock oder irgendwie so hießen die. Also da ist es so, dass dann immer nur eine zählt, dass ihr dann nicht quasi durch dieses Accountweite zwei Fraktionen gezählt bekommt. Wenn ihr hier in die Statistik schaut, also ich habe jetzt wirklich alle, die man soweit erfürchtig kriegen kann. Und auf Erfing bin ich bei 102. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Horde mehr gibt, aber wie ihr seht, ihr müsst fast alle auf die maximale Stufe haben. Ich hätte jetzt hier noch ein Guide für jede Fraktion reingepackt, aber das wird das ein ganz ein bisschen zu weit führen. Das hier soll wirklich bloß das Mount einmal zeigen und, ja, euch ein bisschen darauf aufmerksam machen. Ich gucke, dass ich vielleicht in nächster Zeit, wenn ein bisschen Luft ist, mal für die eine oder andere Fraktion noch einen, ja, einen Rufguide mache. Dann könnt ihr vielleicht da gucken, für ein paar Fraktionen hat es ja in der Vergangenheit schon gebastelt. Und vielleicht hilft euch das ja noch ein bisschen weiter. Ja, dann hier ein relativ kurzes Video, vielleicht nochmal abschließend ein bisschen um das Mount einmal rumgesumt. Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Sache und, ja, eins meiner, muss ich sagen, jetzt liebsten Mounts, die es in BFA gibt. Gut, das war es mit einem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.